Oder Explosionen. Da sitzt einer! Ich glaub, der stirbt. Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay. So, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Mal gucken, ob die Runde geil wird. Ich hab hier so'n Dude ohne Hut. Alter! Sag mal! Was ist denn mit dir? Jetzt brenn ich noch, du Arsch! Sag mal, der rennt hier rum wie ein... Ah! Dude! Was machst du? Alter, der rennt hier rum. Aber er hatte Legs. Und ich auch. Am Anfang leckt das immer mega, das rennt. Ah, fuck. So, schauen wir mal, wo wir hingehen. Da ist es schon in der Bude, äh, drin. Oh fuck, hier steht ja einer. Okay, ich weiß, wo wir sind. Oh! Das Wichtige ist, dass man immer guckt, dass die Ausdauer voll ist, bevor man sprintet. So viel Zeit muss sein. Ich muss jetzt hier die Fensterscheibe einschlagen. Ich muss jetzt hier die Fensterscheibe einschlagen. Da hinten. To the west. To the west, to the west. To the right, to the right. Yeah boy! Ich grabe dein Geldbeutel! Wenn du nicht aus... Achso. Ich dachte schon... Ich dachte, jemand hätte was in den Chat geschrieben. Ich werde nur auf dem Motto machen. Du. 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 keine ahnung wo die da im süden kämpfen ok den hat jemand gekillt oder das fucking gestrückt der eine ist da oben der andere in die ecke so hier in die ecke dann links die leiter hoch hier steht nur so ein pferdack ok map geupdatet ok das kann ich nicht aktivieren ok da hinten da ist der nächste clou ich höre auch dicke pump gun schüsse oder explosionen da sitzt einer ich glaube der stirbt alter ich glaube der andere ist rip ich habe ihn ich glaube der andere ist ich glaube der andere ist ich glaube der andere ist ok fuck ok fuck also hier stand noch einer ich habe den zweimal in den fuß geschossen ich glaube ich höre ihn da drüben ich höre ihn ich höre ihn ich höre ihn ich höre ihn also hier ich höre ihn ich hoffe ich habe ihn So, follow me. So, hier vorne ist eine Kutsche, da wo es brennt, da kriegt man immer Ammo oder Leben her. Hier ist Ammo für dich. Dude, komm zu mir. Scheiße, was macht der? Ja. Das ist in der Kutsche. Komm zu mir. Hier ist Ammo. Ammo und Healung. Ah, ich habe einiges gefunden. Ich habe schon einiges gefunden. Okay. Let's get to the Buncher, but we won't kill him. We just wait and kill the other guys who are trying to kill him. Okay. Die können aber mal die Gegnerzahl erhöhen oder kommt mir das nur so vor. Oh ne, das reicht schon. Du musst nur einen Kopfschuss abkriegen und du bist tot. Ist doch geil atmosphärisch. Erstmal in Sicherheit wiegen und dann geht es irgendwann ab. Schade, dass man die Spieler nicht looten kann. Ja, finde ich auch. Also ich finde, man sollte wenigstens Munitionen von denen rausholen können. So die Hälfte oder so. Das fände ich auch realistisch. Weil hier geht es auch viel um Real... Also ist natürlich auch ein Horror-Game und so. Aber das Waffenverhalten und so soll halt alles realistisch sein. Okay, wir brauchen jetzt zu leben von dem Ding. Okay, wir gehen in und just look at this life bar. And then we camp. Okay, now camp. Go in this house. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Okay, jetzt sind wir nur schüttet. Sie sind nahe. Was ist das für ein Licht da, ey? Okay, hier ist jemand vorne, vor dem Haus. Wer ist da, der hat zum Jot? Wir müssen gerade leise sein. Einer ist vor dem Haus. Die haben dem Batscher Schaden gemacht. Der Batscher hat Schaden genommen. Das ist halt wichtig, dass du reingehst und die Leben von dem angezeigt bekommst. Dann weißt du, wo die Gegner sind. Yo, Kohiba, mach's gut. Ja, sicher hat zum Jot. Bei mir ist alles frisch. Solange wir jetzt gleich den Typ da kriegen. Ja, der ist auf jeden Fall da draußen. Ich glaube, die suchen alles ab. Ich kann mit dem Typ jetzt nicht reden, weil die anderen hören das ja auch, wenn ich jetzt hier rumrede. Ich weiß halt nicht, wo der Typ hin ist. Was ist das für ein Licht, was da blinkt? Ich weiß nicht, wer den Batscher jetzt macht. Wenn wir jetzt rausgehen und ungenduldig werden, dann da wird uns jemand schnappen. Und wir jetzt warten und jemand das kommen noch andere Teams. Das kommen auf jeden Fall noch andere Teams. Dann gibt es hier ein Clash und dann können wir dann können wir reinhauen. Ich mache mal noch ein Bier auf. Das ist voll spät eigentlich schon. Ich muss eigentlich schon ins Bett. Ich höre die Schritte vom Batscher. Ich würde gerne auf so ein Haus obendrauf. Auf ein Haus kann man obendrauf. Ich glaube, auf das da. Ich glaube, hier kommt man irgendwie hoch. Da ist so eine Tür. Was ist denn das? Ach, das ist noch so ein Clou. Ich muss niesen, pack. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich komme hier irgendwie raus. Ah, hier. Dude. Sorry, mate. Turn this off. I can't. Das ist nicht dein Ernst. You're a crazy man. You have to move. I'm on the roof. I'm on the roof. Yeah, we have to move. Ich glaube nicht, dass sie mich hier sehen. Und wenn, dann kann ich einfach runterspringen. Okay, jetzt stopp, boy. Why are they shooting so long? They're shooting all the time. Westside und Bockthunt noch. Ja, mega, Alter. Mega das Game. Scheiße, man auf Paragon, ey. Hunt ist der Boss. Und ich wüsste, wo die da am Ballern sind. Wir hätten schon dreimal den Badger machen können, aber ich glaube, ein Team ist hier irgendwo. Hier sehe ich halt auch das ganze Feld. Aber nur zu treffen wird halt schwer sein. Aber mir geht es halt auch eher um die Aufklärung anstatt um das Töten. Ich will einfach... Ach, das ist ein Hund. Oh, ich dachte gerade, was ist das? Ich will einfach wissen, wer wo ist, damit ich entscheiden kann, was ich tue. Und nicht die Gegner entscheiden können, was sie tun. Ich bin hier der Matchmaker. Das ist halt auch wichtig zum Gewinnen. Auch wenn es manchmal... Wenn du einfach manchmal zehn Minuten rumsitzt oder so. Das ist vielleicht für euch nicht so geil zum Zuschauen, aber es ist halt wichtig, um zu gewinnen. Weil irgendjemand... How did you move on the roof? I'm on the roof. How did you go there? There's a door. Here, 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 here. Oh, the stairs are up. Here. Another building, yeah? No, no, no. Here, 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 here. Yeah. Just look out for another players. There's one team left. If we kill them, we can do the Badger and we have one. You're sure that that's only one team? Yeah, 90%. I see them. Where? North, 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 north. Ah, I saw them, too. I saw them. They're running from the docks. Yeah. Okay, they are behind the windmill now. Oh, fuck. Von wo hat der geschossen? Da steht da auch so kacke, der Typ. Der hat von da drüben irgendwo geschossen. He is a zombie. I'll come for you. Just wait. Just wait. I have to know where he is. Scheiße, ich kann nicht lange sitzen bleiben. Von wo aus hat er den erschossen, Leute? Okay. Einer ist gestorben. One person died. One of them is dead. Okay, do you see the other one? The other one? The other one is fighting. Here, here. I got him, I got him. Nice. Ficker, alter. Okay, they are all dead. We can fight the butcher now. They died at the butcher? Yes, 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 yes. If you heard them scream, they died. Okay. Can I have my health up though? Just half life. No, no, because you died. Okay. Okay, just wait a moment. I have to heal me up. So, warten bis die Vergiftung weg ist. Warten bis ich full life bin. Und dann, ähm... Oh, ich dachte gerade, ich hatte was gesehen. Dann kurz noch ein Medikit reinhauen. So. Weil der Balken, der füllt sich immer nur bis zum nächsten Balken wieder auf. Normalerweise dürfte jetzt keiner mehr da sein. Hier liegen sie, die Deppen. Hier sind sie. Just wait, just wait, just wait. Ich habe gerade verletzt. Ich habe gerade verletzt, ich warte, um zu holen. Okay. Oh, ich glaube, du hast mich gesehen. Wo? Was ist das? Oh, was ist das? Fuck, 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 fuck it. Okay, wir haben ihn fast. Okay, weg mit einem Schweine. Hey, I need ammo. Perverser Berserker, sagst du? Ja, das ist der Batscher. Wo werden wir etwas finden? Vielleicht in dieser Cave. Hier, hier. Okay. Can we pick something up here? Not now. Just wait and then get the bounties and escape. How long do we have to wait? Okay. You see the count on the left of the monitor. Okay. Okay. So. So. Der Batscher hat keinen Feuerschaden. Aber ich kann eine Öllampe werfen, ja. Das geht gegen die Spinne auch ganz gut, weil die läuft dann durchs Feuer und brennt dann. So, wir gucken mal welchen Ausgang wir nehmen. Ich würd sagen wir gehen zum Süden. Wir gehen zum 1.000 Extraction Point. Okay. Das ist ja geil, dass die Waffe wackelt, aber das Fadenkreuz nicht. Ist schon merkwürdig, oder? Eigentlich muss das Fadenkreuz auch die ganze Zeit so. So. Und dann mit dem Luft anhalten müsste es dann halt. Wär ja noch ganz cool. Aber so stört es mich auch nicht. Hehehehe. Bounties. 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 Oh fuck, oh fuck, scheiß Insekten, scheiße, wow, 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 ein Geisterboot, okay, wir sind hier Sübwesten, ja, okay, ja, 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 oh fuck, wow, ja, wow, deswegen fight ich ja gegen die Viecher, du bist ein Held, run, run through the woods, it's more safe. So, okay, genau, geradeaus, ich weiß halt nicht, ob noch irgendjemand lebt hier auf der Map, das weiß man halt nie. Ist ein Bro, der gleicht das Wackeln in der Hand, achso, ja, genau, der gleicht das Wackeln in der Hand immer aus. In Wirklichkeit mache ich das, aber ihr seht das nicht, weil ich so gut bin. Ja, wir müssen außen rumlaufen, bis ich auf dem letzten Meter an einem Hund sterben. Ja, da höre ich die Hunde schon. To the boat. There are zombies, take care. Okay, no zombies, here. Nice. Nice. Sehr fresh, Pamerillos, haben wir wieder eins, wo uns entschieden, war? Sehr geil. Ah, ist immer so anstrengend. So, schauen wir uns mal die Belohnung an. Ah. Guck mal, da hat er seine erste Runde gemacht. Und ich habe ihm mal schön das Spiel ein bisschen beigebracht. Ich finde es auch cool, also ich habe sehr oft jetzt während der Alpha-Zeit neue Leute dabei. Und das Beste, was man machen kann, ist einfach denen erklären, wie das Spiel geht. Einfach ein paar Tipps geben. Man muss ja nicht alles erklären, aber das meiste ist ganz gut. Oh, guck mal, da haben wir neue Dinge bekommen. Wir sind Level 31. Hunters Killer killt drei. Sehr fett. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Stay Pampte. Tschüss. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Tritt, schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbildungsproben.